Auf den Donnerbalken, da saßen zwei Gestalten und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Dritte, setzte sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Vierte, der sich gleich beschwirrte und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Fünfte, der immer die Rünfte und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Sechste, der sich gleich bekäxte und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Sechste, als der Balken witte und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Achte, als der Balken krachte und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Neunte, als sie scheute und sie schrien nach Klopapier. Und da kam der Zehnte, brachte das Ersehnte, Klopapier. Und da kam der Neunte, als sie schrien nach Klopapier.